hallo Leute und willkommen zurück direkt hier zu einer neuen Folge von Star Wars Battlefront wir sind hier in einer neuen Folge okay da sind Pfeile oh Alter. Nachladen. Die haben aber auch schon... Oh, nicht so weit. L5. Okay. Okay. Alter. Alter. Verrass krach behindert. Kommt jetzt Welle 6? Oh, krass. Okay. Dann starten wir Welle 6. Wieder so ein Vieh, Alter. Oh, nein. ... ... ... ... Leck mich am Arsch. Und wo? Ach, dieser Hurensohn da. Oh, lad nach. Ach, der hat ein Schutzschild. Der... Bastard, ey. Okay, wir haben zu... Na, wir haben ihn. Die Frage ist, wie lange kann das Vieh noch? Okay. Wir haben es geschafft. Oh, Gott. Huh. Das war geil. Das war geil, Leute. Okay, wir haben... Wir haben jetzt die Missions. Okay, dann würde ich sagen... Was können wir hier so machen? Wir können hier so Waffen kaufen, okay. Dann gehen wir mal zurück. Was können wir hier? Können wir auch noch nichts machen. Das ist alles noch nicht in der Beta drin. Liebe Freunde... Nur... Die Einstellungen... Okay... Die Frage ist... Wenn wir jetzt noch ein paar Minuten... Na, das lohnt es aber eigentlich nicht mehr, um... Das Neuesten... Haben wir hier... Jetzt dann doch nichts mehr. Mischens. Ne, wir haben nichts. Was haben wir denn im Multiplayer? Nein, nicht in der Beta, nicht in der Beta. Okay. Gut, dann... Wir fangen jetzt aber nichts Neues an. Ich gebe jetzt mal ein kleines Fazit ab, wie ich das Spiel bis jetzt finde. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich bis jetzt gespielt habe, hier diese Überlebenskampf, sage ich jetzt mal... Der hat mich schon mal sehr gefallen, also war schon mal sehr geil. Ne, erinnert mich aber irgendwie an Destiny, was ja irgendwie auch... Das ist ja auch so zukunftsmäßig. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier... Wir werden das und das natürlich jetzt in Multiplayer spielen und das sind ja jetzt hier die ganzen... Vollversion-Sachen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Beta geht. Schau, aber die geht ein paar Tage. Ich nehme jetzt auf jeden Fall ein paar bisschen auf und ich will sagen, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Star Wars Spellfront. Ciao, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Star Wars. Let's Play Star Wars. Let's Play Star Wars. Bis zum nächsten Mal.